Wenn meine Frau nach Hause kommt Wenn meine Frau nach Hause kommt Ich seh Dresden ganz in grün Poli Tessen in blau Meine Kelle ist rot Das weiß jeder genau Und ich denke bei mir Oh ne wundervolle Freiberg Oh ne wundervolle Dresden Kragerstraße Kragerstraße Die Tussis sind total bequem Bei Kimkie und bei A und M Und trotzdem gehe ich immer In die Kragerstraße Und jetzt auf Französisch La 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 Silvia Leader Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dafür habt ihr gestorben. Untertitelung. BR 2018 Vorher ist die Jazz-Polizei. Wir haben völlig vergessen uns Einzelnen vorzustellen. Das werden wir jetzt kurz nachholen. Bitte gehen Sie weiter! Es gibt hier nichts zu sehen! Liebe Demonstranten, vielen Dank, liebe autonome Stimmung! Ja, vielen, vielen Dank! Wir haben ja ein spezielles Deeskalationstraining absolviert. Wenn wir jetzt gleich rufen, bitte keine Gewalt, dann rufen Sie alle im Chor, scheiß Bullen! Wir probieren das kurz. Bitte keine Gewalt! Sehen Sie, wie ruhig wir bleiben. Das ist Training, das ist harte Schule. Vielen Dank, dass Sie hier waren! Bis bald, tschüss! Jürgen Hahn an der Trompete, Matthias Garnisch am Vizephone, mein Name ist Brian, wir sind die Jazz-Polizei. Vielen Dank, auf Wiedersehen! Sie stellen! Hören wir noch? Hören wir noch? Vorne, ob wir beim Vokal? Okay! Alles klar, ich lasse! Alles klar!